Yay! Höh? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online! Der zweite Teil des ersten Heils, äh, des zweiten Heils steht an und mit dabei sind, äh, der Tobi! Hi! Der Markus! Hi, hättest du nicht einfach sagen können, dass du gleich mit letztes Mal dabei sind? Ja, hättest du auch sagen können, aber ich sag's halt jetzt so. Okay. Und der Ganesha. Fuck. Scheiß doch egal. Okay. Ich habe mich dazu entschlossen, ja, es ist ein glorreicher Tag. Ah! Ich meine, ja! Also ich das kacke finde, wenn ich der Einzige bin, der immer hier so einen kacken Online-Namen da. Okay. Mit einem Online-Namen angesprochen, halt. Das heißt, ich muss mich jetzt wiederum gewöhnen. Ja, musst du. Okay, dann hörst du ein bisschen Saganesha. Ja. Boah, ich bin auch zu blöd, mein Kack-Auto aufzuheben, ey. Gut, ähm, und wir starten jetzt den zweiten Teil des zweiten Heils. Jetzt ist, glaube ich, in, ähm, dass wir den, ähm, den Truck stillen, oder? Ja, dein Gefängnis ist sonst mindestens. Und danach ist dann... Ich meine, diese Mission habe ich sogar schon mal gesehen. Den habe ich schon mal. Weil... Habe ich jetzt meine Karre? Warum steht meine Karre da hinten? Ich stehe immer anders. Wieso sind wir wieder so weit weg? Okay, ich nehme an, der Gefängnisbus fährt. Bewegt er sich? Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warum war es so toll? Ich verstehe nicht, wie es darum geht. Ich verstehe nicht. Weil ich auf die Karte geschaut habe. Achso. Ich kann es dann auf die Karte schauen, ey. Schrecklich. Aufwählen. Achso, das war... Eine rhetorische Frage. Ja, eine rhetorische... Habt ihr auch alle denn? Habt ihr auch alle denn mattiert? Ja. Ja, haben wir anders vorzuregen. Ja, gute Idee. Ich werde gleich auch mal markieren, ja. Wo ist denn der? Alter, der ist ja voll weit weg. Oh, nein. Ich sollte vielleicht die Musik ausmachen. Ja, sollte ich so. Ja, sie war eh noch nicht. Ansonsten. Das muss passieren. Tja. Das ist ja voll unrealistisch, wie manchmal die Autos, wie wenig die beschädigt werden, bei so einem harten Zusammensturz. Jetzt ist das lieber realistisch, wo dann halt das Auto hinweg ist, wenn du einmal in den Wind reinfasst. Ne, das wäre auch ein bisschen übertrieben. Asterat so. Ja, Asterat. Oh, jetzt fängt das wieder an zu ruckeln, ey. Ich konnte ausrasten. Oh, der fängt gleich los. Oh, jetzt fährt er los. Man kann übrigens die Maske für die Controllerleute bei einer gewissen Distanz schnell aufsetzen. Wurde mir auch gerade angezeigt, ey. Ja, und führt das wieder an der Tastatur auch mit D. Jetzt geh ja. So. Fahrt der Bus. Nein, der Bus fährt. Wie fährt er denn noch? Jetzt fährt er. Der fährt schon. Ich stehe da los. Super, ich bin noch 2,6 Kilometer weg. Warte, ich glaube, wir sind. Scheiße. Gehen auf. Leute, ist alles mit dem Helikopter und so. War schon gefahren. Soll ich den Helikopter runterstehlen, oder? Ey, wieso sind denn da Helikopter? Weil die sich den Gefängnispos überwachen. Soll ich den Gefängnispos nicht? Ja, sind Helikopter. Soll ich mich gleich da? Ich bin schon da. Leute. Müssen wir den nicht zerstören, oder? Nein, nicht zerstören, aber den Typen rausschießen. Das kümmern. Ich bin vor dem. Ja, aber warum ist es hoch, ey? Bei mir ruckelt es gerade auch hoch. Leute. Alter. Okay, der Typ ist tot. Ja, der Typ ist tot. Wer soll einsteigen? Einsteiger. Alter, der braucht schon, mutter fuck. Ja, ich kann der hier mit dem Motorgeschoss und so. Ja, der Fahrer ist von dem Tod. Oh, was soll ich denn da rein? Schnell, hier kommt die Polizei. Oh, ich... Er ist nicht auf den Bus schießen. Hat er ja nicht mehr auf den Bus geschossen. Ja, die Polizei. Oh, da müssen wir jetzt hin. Da runter. Dann müssen wir jetzt hin. Erst mal kurz hin, oder? Erst mal die Cops abschütten. Ja, wie? Versuch einfach auf Land zu fahren, wäre schon. Ja. Ja, genau, natürlich. Man weicht natürlich ins Auto aus. Ja, klar. Vollidiot. Scheiße, scheiße. Oh, yeah, Alter. Ich bin gespannt, wie viel der Motor auch aushält. Ja, WTF, warum sind da Polizisten? Ja, weil die geige Fahrrad-Polizei, das ist ja ganz klar. Auf den Zug springen. Das wäre voll cool. Das hat mein Auto kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Nicht da hoch, hoch. Oh, los, 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 los. Schiebe an, schiebe an, Domi, schiebe an. Nein, ich bin gespannt, wie schafft es das. Ja, 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 komm, jetzt. Oh, nein, oh, nein. Nein, ich krieg. Gib Gas. Handbremse. Und jetzt nochmal. Ja. Alles klar. Boah, gerade im rechten Moment. Warte, bis dein Typ die Cops abgeschüttelt hat. Okay, ihr müsst auch die Cops schütteln. Verpisst euch. Klar, ihr müsst die Cops abschütteln. Ja. Nein, ich hab sie wieder. Warum haben wir jetzt wieder die Cops? Ich weiß nicht. War es wahrscheinlich nicht. Jeff. Okay, also wir fahren einfach den Weg nach oben, dann nach links. Wir fahren einfach, wir fahren einfach trainmäßig unterwegs. Ja, wir sind einfach so. Bei uns ist jetzt, bei mir ist das nicht mehr. Wenn wir auch nicht mehr. Ah, fuck, die haben wir uns wieder gesehen. Fuck. Ja, wir sind jetzt die Locker ab. Locker sie. Locker sie. Ich soll's gar nicht mehr haben. Doch, nur gelöstlich, wenn du es jetzt in Zukunft gehst. Und wenn du das nicht gehen würdest. Die sehen uns nicht, die sehen uns nicht, die sehen uns nicht, die sehen uns nicht. Nein! Ich krähte dann auf den Dinosaurier rauf, okay? Und fuck, wer sieht mich da? Watt für Dinosaurier. Ich hab keine Polizei mehr. Auf den Dinosaurier rauf, der dann fahrt. Okay. Ja, wir haben's noch. Kommt einfach zu mir her. Nein, wenn wir jetzt umdrehen fahren, wir direkt in die Tür. Oh, oh. Ich kann mal ganz den Berg rauf und dann werde ich auf mich nicht mehr sehen. Hättest du Denise gesehen eben gerade? Nein, ich hätte zu spät geschaut. Oder wahrscheinlich hätte ich es gar nicht realisiert und BUM! Okay, also mich finden sie ziemlich sicherlich. Ja, mich auch nicht. Ist das eigentlich gerade Radio, was da gerade an ist? Nein. Nein, das ist die Hintergrundmucke. Ja, gut. Die Panikmucke, wie ich sehe. Komm, bleib einfach hier stehen. Ja, aber was ist es für die Leute da reinfahren? Die kommen schon nicht. Drück auf! Doch, sie haben uns doch schon gesehen! Haps! Okay. Ich fahr noch ein bisschen querfelder zu euch. Also nur noch hier, ne? Ja. Wisst ihr, wo wir ungefähr in den Wüsten nachher? Ich schätz mal, Lestas Fabrik? Keine Ahnung. Nein. Irgendwo in der Wüste. Wo sind da rechts Polizei? Komm schon, das geht, das geht, das geht! Tobi, hast du noch die Cops? Nein, nein, nein. Okay, gut. Weil ich hab's auch nicht dadurch gesehen, dass du die zu mir fährst. Am besten, wenn wir jetzt von dem Windradern noch weggehauen. Das fahren wir jetzt runter. Oh Gott, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Oder war es ein Fehler? Äh, das sollten wir nicht runterziehen. Da solltest du vielleicht nicht runterdüsen, ne? Leck! Jetzt ganz chillig und normal ist hier nichts passiert. Oh, gib Gas! Na, du hörst rein vom Auto weiterfahren. Oh, wir haben alle cupne? Nä demonstrieren. Nee, 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 ne authentic. Alles gut, wo ряд Ji chỉ ist ein 해� 2004- weights. Du bist einã Wort. Ich muss mich helfen mit deinem ... Oh, das war eine gute Idee! Nein, nein, nein. Bitte, hey, hallo, Hilfe. You jueg a hopper ab. Hin fish alopia device. Nein, ich darf immer nicht da hin! Nein, ich hab doch! Nein! Alles klar! Gott, Alter! Mach doch nicht so... Bannung! Geh doch nicht auf Risiko! Warum ist die Markierung weg? Ihr müsst anders bannen! Okay, ich hab wieder Cops! Keine Ahnung warum, aber... Du musst in die andere Richtung fahren! Ja, ich hab kein Team mehr! Warte, bis dein Team die Cops abgeschüttelt hat! Ja, okay, dann... Ich hab noch immer einen gelben Punkt! Ja, sogar ich hab noch einen gelben Punkt und ich hab die Cops! Warum hast du überhaupt wieder die Cops? Ja, ich bin einfach ganz normal gefahren! Ich hab einfach wieder einen Stern gekriegt! Ja, da wo der Markus ist, da sind... Ja, einfach zugefahren! Ich bin genau beim Ding! Und ich verliere hier gerade einen Stern! Ja, da wo der Markus ist! Ja, ich steh nur da! Es sind keine Cops! Warte, ich markiere den Markus mal! So, ich mach einfach den gelben... Warte! Was von dem gelben? Den Dobi! Warte kurz! Was? Du wärst doch kein Chinese! Ab und zu! Halbtags! So, ich hab an, was du nicht tuchst! Der Bus schaut auch schon scheiße! Wie lang doch... Wo ist denn? Boah, man, David! Ja, was denn? Oh, fuck! Na, oder? Und da ist der Dino! Hey, was für die... Ach, da! Hab's! Also jetzt solltest du ja den Punkt... Ja, ja, wir sehen's wieder! Du kannst den Wegpunkt weg machen, kann nicht... Stört der dich? Muss ja noch... Ja, älter ist... Warum stört der dich denn? Weil jetzt beide da waren... So was aber auch... Und damit am Ende fahr' ich noch zum Falschen, verstehst du? Ah, ah... Hey, das ist der... der war genau auf dem Bildpunkt, Mann! Entschuldigung, David, für dein Auto! Oh, hallo! Hallo Auto! Oh, da steht mein Auto! Boah, ich wette mit dir, dass im allerletzten Moment... Machst du noch irgendwas mit dem Bus, dass der in die Luft fliegt oder so? Alter, der hat nicht mal... Ohne Spaß! Das... ich hab Vorrang! Hey, Dobby! Aber wenn's du das willst, wirst du doch nicht bei dem Flur erscheinen, ne? Also wenn ich weiß, was Vorrang ist! Warte! Das ist so geil! Das ist urlustig gewesen! Das ist so geil, die Rampe jetzt! Ohne Scheiß! Da grad' mega geil! Was ist denn bitte in Uhrenlustig, ey, meine Fresse! Urlustig! Oh, oh! Uh, oh! Ja, du's noch schneller da rein, ey! Ich hab eh die Handbremse angehört! Ah, wieder Benek the Camerbatch! Was geht, Sherlock? Das liegt ja wie mit Schresur in dem Schnauss! Ach, XS! Wieso hab ich noch Silber gekriegt? Ach, hab ich Gold, ey! Boah, bin ich gut, ey! Jetzt bin ich nur Brasse! Wieso krieg ich noch Silber? Weil ihr alle scheiße seid! Ne, wahrscheinlich weil wir beide den Bus zurückgebracht haben! Oh, mein Sack juckt! Schneiden ab! Nein! Aber ich mag's ja, wenn der juckt! Ach so! Du stehst auf sowas! Mhm! You are in Pisswasser! Oh, geil! Erstmal Geld einzahlen! Lecker, lecker! Warum kriegst du eigentlich immer Geld? Ich kapier's! Ja, weil du der Anführer bist! Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn! Da müsste ich ja auch Geld... Nee! Wir bekommst kein Geld! Ähm, und am Schluss... Ganz am letzten, nein, ganz am Schluss wird dann... Mein Auto! Ja! Ja! Nicht, mein Auto! Wird dann, ja! Sollen wir gleich weitermachen? Ja! Ja, wie lange essen die schon? Ja, ich schneid das dann eh! Ach so! Mach dann gleich eine neue Begrüßung, oder? Ja, ja, ja! Dann beende ich jetzt, weil nicht, dass die Folge zu lang wird! Dann sage ich... Dann! Ja! Ja, tschüss! 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 Alter, hört sich das bei dir scheiße an! Gut! Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Tschau! Bitte, bitte! Tschüss! 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 bis zum nächsten Mal.